Guten Abend, herzlich willkommen zu den Tiny Room Sessions der Kunststiftung Baden-Württemberg, hier aus dem Musikraum der Kunststiftung. Ich freue mich sehr, heute den Pianisten und Performer Felix Nagel begrüßen zu dürfen. Er ist im Bereich der neuen Musik tätig und entwickelt Soundkonzepte für Theaterformate. Felix Nagel arbeitet bevorzugt im Spannungsfeld von analogen und digitalen Klangwelten. Heute Abend spielt er zwei Sätze aus Enno Poppes Stück Arbeit für virtuelle Hammond-Orgel und anschließend Catherine Lambs Notes Various für drei Oszillatoren. Wie immer wünsche ich viel Spaß dabei, unterstützen Sie auch die Musikerinnen und Musiker und abonnieren Sie unseren Kanal. Vielen Dank und jetzt viel Vergnügen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.